So, guckt euch das mal an, ja, auch FIFA 16, einfach Schmelzer mit am Start gewesen, was zur Hölle, Julio Cesar, Promise, immer noch am Start, Marquisio, das war die beste Zeit da, guck mal hier einfach, Kanté, Kanté, mein Leicester noch, was, Van Dijk, guck mal hier, wie der aussieht, wie lang ist das denn alles her, Alter, Hector Bellerin mit 98 Pace, Butland, Fuchs, Mares, Boah, Özil Tots, Alter, ist das verrückt, Mann, guck mal, Lukabakio, Lukaku am Start, Dele Alli, Agüero, der Bruder, Agüero, so eine Maschine damals, Smalling, Peter Tschech, Bitte holt uns diese Zeiten zurück, FIFA 16, also FIFA 15, 16, 14, das war die geilste Zeit, ohne Scheiß.